Mobilität Mobilität heißt auch Flexibilität und Veränderung. Unsere Innovationskraft und effiziente Prozesse schaffen ständig neue Produkte und individuelle Lösungen. An den vier Standorten unseres Familienunternehmens in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und China arbeiten mehr als 170 Mitarbeiter. Außerdem sind in Behindertenwerkstätten ständig 250 Personen im Einsatz, um Produkte von Behinderten für Behinderte zu fertigen. International führende Markenhersteller vertrauen auf Rolpo-Qualität, engineered and designed in German. Räder, Rollen, Reifen, Produkte aus Kunststoff, Polyurethanschaum, Aluminium und Stahl. Premium-Produkte erweitern unsere Auswahl. Unser Kernsortiment besteht aus mehr als 13.000 Artikeln, die ständig verfügbar sind. Wir denken global und sichern Mobilität weltweit. Wir liefern flächendeckend in Europa und in mehr als 40 Länder direkt ab Asien. Produktentwicklung und Optimierung nach dem neuesten Stand der Technik sind die Basis, um immer beweglich zu bleiben. Kundenindividuelle Projekte konstruieren wir durch innovative Designvorschläge und passgenaue Spezialanfertigungen. Rolpo-Produkte sind pannensichere Lösungen, die unter härtesten Bedingungen auf ihren Serieneinsatz geprüft werden. Ständiger Erfahrungsaustausch und ein starkes Teamplay statten Menschen mit maximaler Mobilität aus. Wir wollen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Wir nehmen die Herausforderung an. Rolpo. Unsere Ideen bewegen Menschen. Ein Unternehmen der Indus-Gruppe.